Final words. Endlich geht's los. Heute ist der Tag gekommen. Wir gehen nach Liverpool. Wir haben uns seit Wochen auf diese Vorbereitung. Am Morgen haben wir schon die erste Probe. Ich glaube, da wird ein krasses Gefühl, die ganze Dimension, wenn einem alles klar wird, wie gross es ist. Es wird sehr cool. Wir gehen zum ersten Mal in der Arena. Wir schauen, wie es aussieht und haben die Probe mit den Tänzern. Das ist der Moment, wo ich auch in allen Interviews immer gesagt habe, wo ich mich am meisten freue, das erste Mal in der Arena zu laufen, die ganze Bühne zu sehen, die ganze umgeblich. Ich denke, es wird sehr, sehr cool. Kyper. Hey, guys. Welcome, welcome, welcome. Come to the side. Welcome. Man muss sich nicht an der grosse Bühne gewöhnen. Es ist alles anders, als wenn man es im Studio auf der Bühne mit den ganzen Mass und so wie der Breite. Aber es kommt gut. Es ist cool. Macht Spass. Ich denke, es ist grösser. Oder gut, dass wir drei Versuche kennen. Es ist immer etwas anderes, wenn du in einer grossen Rummer in der Tanzschule übst. Wenn du noch auf der Bühne bist. 5 Take-Üst. 0